Furzipups der Knattertrache Geschrieben von Kai Lüftner und Wiebke Rauers Gelesen von mir Vielen Dank für 2000 Abonnenten Nein, nicht viele Ungeheuer spucken, wenn es ernst wird, Feuer. Für Drachen ist es sogar Pflicht. Die meisten tun es, einer nicht. Furzipups der Knattertrachen hatte selten was zu lachen. Nein, im Gegenteil, er hatte es meist ziemlich schwer. Jeder in der Drachenherde, alle Drachen dieser Erde, spucken Feuer bei Gefahr, nur Furzipups nicht, leider wahr. Er drückt, er brustet, läuft rot an, damit er Feuer spucken kann. Dann qualmt es ein bisschen, doch nur kurz, und plötzlich kommt ein dicker Immer freundlich und auch heiter, blieb er doch stets Außenseiter, Außenseiter, ließ die anderen meist in Ruhe und gehörte nicht dazu. Ja, so spuckten gerade die Jungen, Rauch und Feuer aus den Lungen, qualmten, paften, rülpsten, rauchten, bis sie eine Pause brauchten. Furzipups saß unterdessen abseits, übte wie besessen. Doch egal, was er probierte, nichts passierte. Er drückt, er brustet, läuft rot an, damit er Feuer spucken kann. Dann qualmt es ein bisschen, doch nur kurz, und plötzlich kommt ein dicker Feuerbohnen, Chilischoten, die extra scharfen, extra roten, aß er tapfer, quälte sich mit Ingwer, Senf und Meerrettich. Es war umsonst. Was er probierte, nicht zu dem Ergebnis führte, dass er sich, wie ich erwähnte, so ersehnte. Furzipups, der Knatterdrachen, sollte einmal was bewachen. Alle aus der Herde waren mit dem Zug ans Meer gefahren. Nun war Furzipups allein, und das fand er echt gemein. Und wie sollte es anders sein, er übte fleißig Feuerspein. Er wusste nicht mehr, was er tat, und nahm sogar ein Lavabad. Er setzte sich ins Feuer und schrie sich dabei die Kehle wund. Er biss sich selber in den Schwanz, vollführte einen Feuertanz. Es war umsonst. Die größten Mühen brachten nicht einmal ein Glühen. Furzipups, der Knatterdrachen, konnte nix dagegen machen. Feuerspucken war nur Stress, dachte sich, dann lässt du es. Alle aus der Drachenherde, alle Drachen dieser Erde, waren anfangs irritiert, als Furzipups was ausprobiert. Er drückt, er prustet, atmet tief und schaut erst ein bisschen schief, dann drückt er nochmal, lächelt dann, weil er im Rhythmus pupsen kann. Du bist nicht wie die anderen, und die sind nicht wie du? Das macht dich manchmal traurig und nervt dich ab und zu? Fühlst du dich unverstanden? Dann sing dein eigenes Lied und pupse, wenn es sein muss, in deinem eigenen Beat.